So, hier haben wir unseren kleinen Maremanen-Bub. Das ist unser jüngster hier von den Maremanen, die wir haben. Wir haben nicht mehr sehr viele hier im Moment. Das ist der Basilio. Er ist circa sieben Monate alt und ein ganz entzückender, freundlicher, verspielter, ganz schmusiger, kleiner Bub mit wunderschönen grünen Augen. Er ist super verträglich, er läuft in der Gruppe mit und hat Spaß und geht gern nach Schwimmen hin und wieder in seine Muschel. Und hier möchte er sich vorstellen und hofft, dass er so ein Zuhause bekommt. Er ist noch nicht so groß, sogar so ausgewachsen, hat ein lockiges Fell. Basilio, Basilio. Ist ja gut, Schatzi. So ein Hübscher. Ja, also sehr, sehr menschenbezogen. Ganz ein Lieber. Verträglich wirklich mit allem. Und noch sehr Bibi. Bibi, 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 Bibi. Ja, wie ist ein Bibi? Ja, 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 ist gut.